Moin! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bravelstoß mit mir, dem Dr.Raxo. Ja, ich hoffe das Video wird euch gefallen, falls ihr mich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem, knapp 2 Drittel von euch haben nicht abonniert. Falls ihr dazugehört, würde ich mich über ein Abo freuen. Es kostet wirklich gar nichts und ihr werdet immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich würde sagen, wir springen mal in die neue Runde rein. Wursch! Wundert euch nicht, dass kein Sound da ist. Ich habe, ich weiß nicht, ob ihr das Game Foundation kennt, das ist so ein Mittelalter Aufbauspiel. Auf jeden Fall, das habe ich aufgenommen. So ungefähr, keine Ahnung, anderthalb Stunden lang. Und irgendwie dachte sich das Schicksal, nee. Die ersten drei Folgen war das alles viel zu laut. Obwohl ich selbst irgendwie 10 mal so laut eingestellt war. Was voll seltsam war. Und die letzten vier Folgen hat er dann einfach nicht aufgenommen. Obwohl ich auf Aufnehmen gerückt habe. Irgendwie denkt sich das Schicksal gerade richtig nein bei mir. Meine Frau ist so, was geht denn hier ab? Und außerdem habe ich gerade noch 20 Minuten Brauds das aufgenommen. Und das Sound war auch, obwohl ich ihn sogar noch leiser gestellt habe, viel zu laut. Ah, fuck. Tschüss Leben. Und um ganz ehrlich zu sein, bin ich gerade richtig demotiviert. Oh Mann ey, da ist doch jemand. Mach ihn doch weg. Oh Gott. Puh, jetzt aber erstmal healen. Nein. Und da ist ein Mortis und er scheint irgendwie nicht sehr nett gesehen zu sein. Mortis, was hast du vor? Was hast du vor? Was ist das für ein Idiot? Hm. Kein sehr schlauer Mensch. Falls es ein Mensch war. Nein, nicht das in der Falle. Nein. Weg damit. Weg. Weg. Es ist doch wirklich dein Ernst. Nein. Hundertfünfzig. So Leute, ihr werdet es miterleben wie Shelly auf Power Level 8 Upgrade. Boom. So, Kiste. Schrägstrich Brawl Box. So, das war's dann auch schon mit dem sehr kurzen Brawl Stars Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr euch auch gerne einen Daumen nach oben geben. Aber schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Damit ihr mich verbessern könnt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich bei einer weiteren Runde Brawl Stars. Oder unter einem anderen Video wieder. Und ja. Tschüss.